Wir hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend, 20.30 Uhr, fast 33. Hier ist Nerdizismus mit den Trek Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Da sind wir wieder zu unserer 14-tägigen Therapiestunde rund um die Geschichten der USS Trauma. Und es ist natürlich auch dieses Mal wieder so, dass wir ganz kurz vor knapp durch die Hintertür tatsächlich noch ein kleines Trauma reingeschoben bekommen haben. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Dazu aber später mehr. Hier bist du denn fit und gut in die Woche gestartet und bereit mit mir jetzt eine Stunde oder vielleicht auch ein bisschen länger über Star Trek Discovery zu reden? Ich bin gerade so in den Zwischendingern. Letzte Woche hatte ich mal wieder eine Erkältung und Nasennebenhöhlen von den Kindern. Die Kinder waren am Wochenende wieder krank, also wird es jetzt die Tage wiederkommen. Jetzt ist die goldene Zeit dazwischen, wo ich gerade nichts habe. Also passt irgendwie. Himmel hoch, die auch zu Tode betrübt, ähnlich wie die letzten zwei Folgen. Dann will ich es jetzt mal ausnutzen, dass du jetzt gerade fit bist. Und ja, es stimmt, genau, da liegt wirklich Licht und Schatten bei diesen zwei Folgen sehr dicht beieinander. Von daher auch herzlich willkommen an den Chat. Sind ja einige schon wieder da bei YouTube und auf Twitch und natürlich auch herzlich willkommen an alle Tausende. Und es sind inzwischen wirklich regelmäßig weit über tausend, fast schon zwei, die im Schnitt bei Discovery einschalten. Also von daher, das ist schon mal ganz gut. Dafür, dass das eigentlich so eine Nischenshow ist, war schon ganz ordentlich. Wohlgemerkt, die, die es auf die Ohren haben wollen, die, die uns mal sehen möchten und das nur sonst auf den Ohren haben, die können auch gerne mal einschalten. Richtig, genau. Und zwar hier auf YouTube. Sucht einfach nach Nerdizismus und dann könnt ihr den Kanal abonnieren oder geht auf Twitch und sucht da nach Nerdizismus. Und Michael, für alle, die aus irgendwelchen Gründen noch mehr von uns hören wollen, wo könnten sie denn den NextPK noch hören? Und alles andere. Weil wir ja nicht unbedingt immer pünktlich wie die Maurer sind, ist es schön, dass wir so asynchron auch verfügbar sind. Und zwar auf Nerdizismus.de. Da findet ihr auch abseits unseres Live-Geschehens alles, was ihr von uns braucht. Unsere Berichte, unsere Episoden, unsere verlinkten Videos und alles, was wir geschrieben, gesagt und irgendwie in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so gemacht haben. Und da ist das Wichtigste für uns, denn wir freuen uns immer darüber, dass ihr uns auch Feedback gebt. Nämlich in die Info at Nerdizismus.de. Alle, die noch so klassisch, man mag ja fast sagen, analog E-Mail schreiben möchten. Es ist ja irgendwie schon ein analoges Synonym-E-Mail. Oder ihr schreibt und erspricht eine WhatsApp ein an die 015259647709. Oder chattet doch live mit auf dem Discord-Server nerdizismus.de. Da wird auch immer schön und viel gequatscht. Wir blenden ja auch immer für die, die im Livestream sind, die auch immer unsere WhatsApp-Nummer ein. Und ich meine, das Tablet liegt hier. Also wenn ihr uns live in die Sendung eine WhatsApp schreiben wollt, nur zu. Das könnt ihr natürlich dann auch tun. Da kann es ja vielleicht auch ein bisschen länger sein als in der Chat-Timeline bei Twitch und bei YouTube, wo es unter Umständen etwas untergeht. Ihr könnt ja ja sogar mal versuchen durchzurufen live während der Sendung und Chris zu stören. Ja, ich muss mal gucken was. Dann habe ich noch genug Akku, muss ich gerade mal gucken. Es müsste eigentlich gehen. Das ist ja so eine Call-Ja-Karte. Die ist zwar nicht aufgeladen, aber ich kann ja dann trotzdem angerufen werden. Naja, ich meine, Internet, WhatsApp braucht man keine Telefonnummer für. Richtig, Internet, WhatsApp. Und die könnte ich euch hier laut stellen und dann könntet ihr eigentlich auch live in der Sendung anrufen. Das sollte man mal, da muss ich in nächster Zeit mal darauf achten, dass das Tablet auch wirklich aufgeladen ist. Aber ich habe noch 37 Prozent, also es reicht noch für alle, die also jetzt das im Livestream sind. Also jetzt, wenn ihr das als Podcast hört, dann könnt ihr da auch anrufen, aber dann könnt ihr bestenfalls auf den Anrufbeantworter quatschen, der wahrscheinlich nicht geschaltet ist und den ich dann gar kein Guthaben drauf ist, auch nicht abhören kann. So, das war jetzt wieder völlig, völlig verquer. Ja, die Feedback-Ecke war gar nicht so groß dieses Mal. Ich glaube, der Star Trek-Fan an sich hat schon alles gesagt. Trotzdem möchte ich mal einen exemplarischen Tweet rausnehmen, weil wir haben noch nie was von Twitter vorgelesen, sondern immer nur die E-Mails und die WhatsApps und so weiter. Und ich dachte mir, wir könnten ja ausnahmsweise mal einen Tweet vorlesen, beziehungsweise eine Antwort vom Alex, der twittert unter www.worthbird.com. Achso, also willst du jede der 140 Zeichen per Buchstaben vorlesen? Äh, bitte? Das war jetzt ein Erkast von dir, den ich nicht verstanden habe. Okay, nee, sind ja mittlerweile 280 Zeichen, oder wie viel kann man bei Twitter mittlerweile raushauen? Das weiß ich nicht, da gibt es so eine Anzeige, die mir irgendwann sagt, dass es nicht mehr geht, aber es sind 140, wenn ich mich rechensinne. Nee, die haben das ja vor ein paar Jahren deutlich verlängert. Dürfte nicht mehr 240. Du bist doch mehr auf Twitter unterwegs als ich. Ja, es gibt eine Anzeige, wenn man nur noch 10 Zeichen übrig hat. Was weiß denn ich, wie viele da vorher sind? Also, Michael, das war jetzt wieder, also, du hast jetzt wieder in meine Pointen reingegrätscht hier. Also, der Alex, der schreibt, das kannst du dir echt nicht ausdenken, was da wieder über 13 Episoden gelaufen ist. Ich will es ja echt mögen, aber es wird immer absurder. Das Face-Over-Acting von V. Green holt mich null ab, aber egal. Hauptsache, sie erklärt jeder Person ihren Job. Vance, Trina, Rillick. Wir sind in Staffel 4 und die Crew bekommt Pseudotiefe in drei Sätzen. Oh, Washington, eine Freundin war krank, ich wollte ihr helfen. Reese, ein Hurricane hat meine Stadt zerstört. Detmer, ich hatte es schwer mit meinem Dad. Konsequenzen gibt es keine, siehe Finale, dann lass es doch einfach weg. Dass Buck unbedingt Ende Staffel 3 den Sporenantrieb bedienen konnte, obwohl es gemäß Cannon aus Staffel 1 nicht notwendig gewesen wäre, weil die Disco auch ohne Navigator springen kann, nur eben dann etwas ungenauer spielt, keine Rolle mehr. Man macht wieder was anderes. Die Serie weiß auch nach vier Staffeln nicht, was sie will, außer eine narzisstische Michael, die alles kann und alles weiß und für alles geeignet ist. Sei es als Vermittlerin, Käpt'n der Voyager oder Retterin des Universums. What's next? Ja, dieses What's next können wir mal als Gedanke fürs Ende nochmal aufnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall tun, aber eigentlich hat der Alex völlig recht. Er hat schon viele Dinge, über die wir heute, glaube ich, sprechen werden, zusammengefasst, nämlich Konsequenzen. Also welche Traumata hatte ich gerade schon erwähnt. Wir haben auch in diesen Folgen wieder welche, die uns durch die Hintertür reingeschoben werden. Und natürlich ihre Heiligkeit, Michaela I., ist natürlich immer noch am Start. Und so sprechen wir denn heute an diesem Montag über eine Serie, über eine Staffel, die eigentlich auch ein Film hätte sein können. Ja, im Prinzip schon. Wenn man sich so mal wieder überlegt, was eigentlich früher Füller-Episoden waren. Ich meine, wir haben über das Konzept von Füller-Episoden schon sehr oft gesprochen. Und damals war es einfach 24 Episoden, die übers Jahr verteilt worden sind. Ich glaube, da konnte man mindestens zwölf Wochen einmal durchsenden, so ungefähr. Ne, 24 Wochen einmal durchsenden. Und dann hat man fast ein halbes Jahr so ungefähr rum. Das konnte man übers ganze Jahr verteilen, so ungefähr. Jetzt haben wir ja nur noch von ursprünglich, glaube ich, auch sogar mal 16 Folgen oder so, sind wir auf 13 runter. Die werden übrigens in der nächsten Staffel noch weniger werden. Da werden wir, glaube ich, nur noch 10 bekommen. Und trotzdem besteht die Hälfte der Staffel aus Füller. Und wenn man denn die Zeit braucht, dann hat man sie am Ende nicht mehr. Was wir ja in Folge dieser Episoden gesehen haben. Wobei ich, wenn wir gleich chronologisch mal vorgehen, ja eigentlich nicht alles schlecht reden möchte. Weil das Präfinale, die vorletzte Episode, ehrlich gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Die vorletzte Episode hat mir auch richtig gut gefallen. Es war sogar ein richtiges Track. Also wirklich, ja. Ja. Da war eine Menge drin und dann lassen wir es doch einfach mal so ein bisschen in diese Folge reingehen. Die Folge 12 Species 10C oder halt eben die Klasse 10C. Ja, fast eine richtige Star Trek Episode. Da war wirklich eine Menge drin. Ich meine, da war auch sonst eine Menge drin. Also um es mal alphabetisch aufzuzählen. Abyss, Arrival, Contact, Flight of the Navigator, Close Encounter of the Third Kind, The Fear. Also, aber man hat sich wenigstens diesmal bei gutem Sci-Fi bedient. Nicht zu knapp, aber immerhin. Ja, ich mochte vor allen Dingen diesen Arrival-Teil. Ich meine, wir haben zwischendurch mal Star Trek gehabt. Wo der Universal Translator nicht funktioniert hat. Ganz einfach. Oder wo man den erstmal ein bisschen trainieren musste. Ich muss vor allen Dingen so ein bisschen da an fremde Sprachen, meist so an die Xindi denken aus der Staffel 3 von Enterprise. Übrigens jetzt überholt Discovery Enterprise mit der fünften Staffel. Wir haben ja auch nur vier Staffeln da bekommen am Ende. Ich mag das, dass man wirklich einen First Contact hat. Dass man versucht, eine Spezies, die nicht humanoid ist, mit der Kontakt aufzunehmen. Habe ich ja letztes Mal gesagt. Ich wünsche mir am liebsten für Ten C, dass es wirklich ein CGI-Gebilde ist. Und dass man mit denen versucht, in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Und das fand ich voll spannend. Ich meine, teilweise hat sich das so ein bisschen angefühlt, als würde man einem Let's Play von Uncharted oder Tomb Raider folgen. So wie die Komplexität der Rätsel da aufgebaut war. Aber das hatte ja, ich meine, selbst wenn, freue ich mich ja drüber, dass so ein bisschen was ineinander verschachtelt ist und dass man ein bisschen was erforschen muss und nicht alles auf dem Tablett serviert bekommt. Und dieser Teil gerade die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, mit einer völlig fremden Spezies, die auch außerhalb unserer Komfortzone, also außerhalb der Galaxie quasi wohnt oder am Rande der Galaxie, super spannend. Auf jeden Fall. Auch die Idee dieser Kommunikation über Geruchsmoleküle war interessant. Ganz ehrlich, schade, dass sie dann halt wieder auf Lichter gegangen sind, weil als alten Sci-Fi-Nerd denkst du halt sofort an unheimliche Begegnung der dritten Art. Okay, hatten wir schon. Aber okay, sei es drum. Es ist wenigstens ein wegweisender Sci-Fi-Film gewesen, auch wenn er gar nicht so bekannt ist. Aber trotzdem ist er eigentlich wirklich wegweisend für viele andere Alien-Kontaktfilme gewesen. Am Ende geht es halt dann doch wieder auf Mathematik raus. Dann fragst du dich, okay, dann hätten wir auch gleich mit Mathematik anfangen können. Aber okay, sei es drum. Ich fand es schön, dass jeder was beitragen durfte. Es war zwar immer noch völlig unnötig, dass man jetzt diesen japanischen Wissenschaftler, der immer noch keinen Namen hat, glaube ich, reingebracht hat. Weil das, was der gemacht hat, hätte auch, keine Ahnung, Stamets oder Adira oder irgendjemand anderes machen können. So hat man halt die eigentliche Disco-Crew halt wieder herabgestuft. Das war halt sehr schade. Aber ansonsten war es zumindest mal nicht Michaela die Erste, die ganz alleine dazu beigetragen hat. Und ich dachte schon so, als dann die Präsidentin sagte, sie als Xeno-Anthropologin, sie müssen natürlich mit, dann schon so, ja, damit sie es im Alleingang lösen kann. Aber Gott sei Dank hat sie es dann nicht gemacht. Ja, aber viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Also es war ein schönes Rätsel, was uns da aufgetischt worden ist. Wie gesagt, hat sich so ein bisschen teilweise wie so ein Let's Play angefühlt. Aber man muss ja nicht schlimm sein. Let's Plays folgt man ja heutzutage auch ganz gerne. Diese Kombination aus Lichtern und Emotionen und allem, was dabei ist. Wieso nicht? Wer sagt denn, dass eine Spezies, die uns völlig fremd ist, auf die gleiche Art und Weise kommuniziert, wie wir es machen? Und selbst, dass man nicht, und das hat die zweite Folge für mich wieder komplett ruiniert, dass man nicht direkt auf eine Sprache geht, wo man Sätze rausbekommt, sondern nur ein Gefühl übermittelt, beziehungsweise dann später mathematische Formeln. Ist ja cool, weil die Mathematik ist eigentlich das, was dieses Universum eint. Weil alles ist irgendwie Physik, Mathematik und man kann sich darauf einigen, dass 1 plus 1 2 ist. Zumindest, wenn man nicht in die Quantenebene oder in ein schwarzes Rauch geht, so ungefähr. Und dann kann man die Kommunikation sowieso vergessen. Aber alle, die hier in diesem Universum wohnen und theoretisch wohnen, die sind ja an die gleichen physikalischen Gegebenheiten gebunden, an die auch wir uns halten müssen. Ja, zumindest ist der Stand der Wissenschaft jetzt. Aber es wäre ja auch mal ein Twist gewesen, dass man an der Stelle vielleicht eben mal, ich sag mal so, gibt es nicht eine Stelle von Stamets, wo man sowieso sagt, naja, was interessieren mich halt physikalische Gesetze? Ist an der Stelle ja auch wurscht. Ich lese ja, ich bin ja fast durch mit der Three-Body-Reihe, mit dem Three-Body-Problem von dem chinesischen Autor, auf dessen Namen ich nie komme. Aber da, ohne jetzt unbedingt viel zu spoilern, gibt es auch eine Spezies, die über, wie nennen sie das, Idiomorphe kommuniziert. Das ist eine etwas in einer etwas höheren Ebene. Die leben auch in anderen Dimensionen und die packen uns quasi einen Schwall von Bildern im Kopf rein, aus denen wir dann die Kommunikation entziffern müssen. Und wer weiß, vielleicht ist es, ich kann es mir wirklich noch mehr vorstellen, dass es in Emotionen ist, was natürlich etwas an den Haaren herbeigezogen ist, dass es die gleichen Emotionen sind, die wir auch haben. Gut, irgendwie, es ist ja sowieso alles humanoid in dieser Galaxie und in diesem Universum. Wer sagt denn, dass eine Spezies, die so fremd ist, nicht auch völlig andere Gefühle hat, die wir noch nicht mal definieren können. Aber passt hierzu, dadurch hat man irgendwie eine Basis aufgebaut, mit der man anfangen konnte und wo man Gemeinsamkeiten hat. Und es geht ja am Ende dann auch oft in Star Trek nicht um die Sachen, die uns auseinanderbringen, sondern die uns zusammenbringen und wo wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Diplomatie, viel, viel Diplomatie. Und das ist alles viel, viel Kompromiss. Und deshalb fand ich die schön und hatte gehofft, dass durch, ohne dass wir jetzt zu weit vorausspringen, in diesem Cliffhanger, dass vielleicht später alles auch nochmal durch Kommunikation gelöst wird, was es natürlich in dieser Serie nicht gelöst wird. Naja, es wird schon durch Kommunikation gelöst, aber es wird halt viel zu einfach durch Kommunikation gelöst. Das ist, ja, können wir gleich noch drüber sprechen. Zwei Sachen, eine Sache fand ich schön, eine Sache habe ich nicht verstanden. Vielleicht kannst du es mir erklären. Also um nochmal den Sprachenteil dann abzuschließen. Also ja, ich bin bei dir. Es war dann am Ende ein bisschen einfacher, also dass dann Saru nur noch dieses Gerät hat, in das er dann da reintippert und dann geht das Ratzefatze. Das war ein bisschen schade. Da hätte ich, ehrlich gesagt, hätte man halt aus diesem First Contact locker zwei, drei, vier Folgen machen können, dass man sich sieht und nicht versteht und so weiter und so weiter. Das meine ich ja, mit dem Füller, wir hatten vorher Füller, wo die sich mit sich selber beschäftigt haben und dieses hätte man doch wunderbar verbinden können mit später. Nicht einen Timer draufsetzen, einen Countdown, oder sagt, wir müssen es innerhalb von zwei Stunden lösen. Wir brauchen mit einer völlig fremden Spezies innerhalb von zwölf Stunden eine Kommunikation, sonst gehen wir alle drauf. Das hätte man etwas entzerren können. Sagt, mach drei Monate raus und in diesen drei Monaten müssen die über die Galaxis hinauskommen und versuchen, irgendwelche Gemeinsamkeiten und Ansätze zu finden. Und dann hat man halt eher ein Arrival, was aber ja auch nicht verkehrt sein muss. Absolut, muss überhaupt nicht verkehrt sein. Und dann hätte man im Grunde genommen auch vielleicht so was machen können, beziehungsweise was ich mir halt überlegt habe, ist, wieso ist denn nicht ein einziger Betasoid zum Beispiel dabei? Also es gibt so viele tolle telepathische Spezies, die ich eigentlich zu so einem Erstkontakt definitiv mitgenommen hätte. Und irgendwann im Laufe der zweiten Folge kommt dann die Vulkanier-Tante auf die Idee, ja, sie könnte mal ein Mind-Meld versuchen. Und ich wollte es in der letzten Folge schon eigentlich sagen, warum ist da ein Ferengi dabei und kein Betasoid? Ja, also gut. Die sind auch noch nicht wieder in der Föderation zurück. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber na egal. Die Besetzung war halt sehr, sehr unglücklich. Dann fand ich es natürlich ganz nett, dass der so der gemeinsame Nenner halt irgendwie so Sauerstoff war. Und das ist dann wir. Ja, okay. Aber was ich nicht verstanden habe, das wollte ich dich fragen, ist, da kommt dann diese Blase in den Hangar und dann gehen die in die Blase und dann sind sie auf einer gefakten Brücke, wo sie nichts anderes machen, was sie im Hangar vorher auch gemacht haben. Das habe ich nicht verstanden. Das macht, das habe ich nicht kapiert. Verstehe. Hä? War da irgendein Sinn dahinter? Also warum sind sie nicht im Hangar geblieben? Es hat da kein, oder halt auf die Brücke gegangen, auf die richtige Brücke. Ganz vordergründig war es Plot Convenience, weil die mussten ja verschwinden, damit Taka ausrastet und dann sein Ding durchdrehen will. Also dass die da noch ein bisschen das Drama dabei haben. Ich habe es ein wenig so verstanden, dass die Kugel dann doch mehr die Kommunikation zwischen den beiden ermöglicht, dass die Spezies einerseits das Setting kontrolliert, aber andererseits vielleicht auch ihre eigenen Translators da mit drin haben. Haben sie jetzt nicht spezifisch gesagt, aber das würde ich mir jetzt so denken, ohne dass ich jetzt irgendwelche Anhaltspunkte dafür hätte. Plot Convenience ist es immer. Ja, war halt einfach, als hätte man in der Effect Library halt noch diese Spiegelsphäre gefunden und sich gedacht, komm, lass uns die reinpacken, die ist bezahlt. So wie das Reh bei The Walking Dead. Oder überhaupt CGI-Tiere bei The Walking Dead. Ja, ansonsten habe ich zu der Folge auch gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich habe dann aber natürlich noch, es gibt noch zwei Sachen, über die wir zumindest bei dieser Folge noch kurz sprechen sollten. Nämlich, ich hatte es im Eingangsstatement gesagt, auch hier bekommen wir wieder ein Trauma reingeschoben. Diesmal ist Jet Reno dran, deren Partnerin verstorben ist und sie dann noch ein Trauma hat, indem sie einen verwundeten Starfleet, wen auch immer, 14 Tage lang gepflegt hat und der es halt dann doch nicht geschafft hat. Jetzt hat wirklich jeder sein Trauma, ne? Die O'Washington. Natürlich. Der Reese, Detmer, Michael hat Trauma für fünf Leben. Jeder hat jetzt eins. Aber bei Jet Reno hatte ich mich gefragt, ob wir das nicht schon vorher irgendwann mal mitbekommen hatten, dass sie eine tote Partnerin hat. Das ja, aber das mit dem, dass sie da noch diesen Helferkomplex hat. Ja, okay. Hat den, den halt eben nicht. Und diese Buck und Taka Nummer, die war halt am Ende auch, also ich habe Bucks Motivation sowieso nur sehr schwer nachvollziehen können. Also ja, sein Planet ist in Duft geflogen, okay. Aber der hat für mich nie überzeugend, also ich habe, der Schauspieler hat mich nie überzeugt. Übrigens, Schauspiel, diese Staffel grottig, muss ich ganz ehrlich sagen. Komme ich gleich in Folge 13 noch zu, warum mir das extremst aufgefallen ist. Aber der, ich glaube David Avicjala heißt er, hat mich nie überzeugt, zu keinem Zeitpunkt dieser Staffel, dass der wirklich jetzt Hass hat. Der war immer so mit, so Anhängsel von dem Taka. Und auch der Taka war für mich kein manisch Getriebener. Der hat ganz ehrlich seine Lines da runtergesagt. Ja, und wer halt auch seine Lines einfach nur runtergesagt hat, ist halt auch wirklich Tick Notaro. Also die hatte einfach gar keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, die hat schlicht und ergreifend keinen Bock mehr. Die hat noch einen Vertrag für zwei Folgen gehabt und hat die das runtergerasselt. Gerade in Folge 13, die habe ich im Original geguckt, seit langem mal wieder. Und da ist mir echt aufgefallen, wie schlecht und wie hölzern das Schauspiel einiger Protagonisten da ist und wie viel die deutsche Synchro doch tatsächlich rettet. Also auch hier Dr. Kalber, ganz schlimm. Also Benjamin Stöbe, vielen Dank, dass du aus dieser Star noch was rausholst. Also ne, also hat mich wirklich, ist mir in Folge 13 ganz übel aufgestoßen und Chad Reno auch. Aber bleiben wir mal bei Buck und Taka, bevor wir da noch mal drauf eingehen. Keiner der beiden hat mich auch nur ansatzweise irgendwie glaubwürdig abgeholt, dass die die Nummer, ja, dass da so ist, wie sie es ist. Also null. Auch hier ist etwas, was meiner Meinung nach eine andere Zeitverteilung gebraucht hätte. Man hat sich viel zu sehr mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, mit einer Fetch-Quest und sowas beschäftigt, als mit den Charakteren selber. Wir haben es von Taka vor zwei Episoden reingedrückt bekommen, oder letzte Episode reingedrückt bekommen, was ihn eigentlich motiviert. Man hat sich viel zu lange vorher Zeit gelassen, um so ein Mystery aufzubauen. Und dann lässt man ihn noch nicht mal Konsequenz das durchziehen. Also, auch wie du gerade gesagt hattest, man muss es denen ja abnehmen. Taka nimmt man es in gewisser Weise, hat man es zum Teil abgenommen, weil er ein Getriebener war, der ein Ziel hatte. Wenn auch, sobald dieses Ziel offenbart wurde, man nicht nachvollziehen kann, wieso er jetzt genau... Ich habe seine ganze Geschichte immer noch nicht verstanden. Ich habe sie auch nicht verstanden. Ich habe erst... Also, wahrscheinlich war ich einfach zu blöd oder habe nicht ordentlich zugeschaut. Er war gefangen bei der Emerald Chain, hat da diesen Typen kennengelernt, den er sich ja offensichtlich verliebt hat. Dann konnte er abhauen und ist wiedergekommen. Und der war nicht mehr da. Und dann hat er gedacht, der ist in einem anderen Universum. Oder ist er jetzt doch tot und hat sich nur eingeredet in einem anderen Universum. Würde ich ihn wieder treffen und würde so nach Hause kommen. Nein, nein, dieses Alien wollte ja immer zurück in sein eigenes Universum und hat ja heimlich an einem Transporter gebaut und nicht an dem, was auch immer die Smart Kette haben wollte. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Auch völlig irrelevant. So, und dann hat er sich ja dann im letzten Moment dann doch noch irgendwo hingebeamt mit dieser riesen Energiequelle, die es nirgendwo anders mehr gibt. Also außer halt in einem 0815-Gefangenenlager von der Smart Kette. Da gibt es halt so eine Energiequelle. Okay, aber sonst gibt es die nirgendwo. Und er brauchte jetzt praktisch die Energiequelle von diesem, von der DMA oder vom Ursprung der DMA, damit er seinen Transporter anschmeißen kann, um dann wieder in dieses Parallel-Multiversum-Universum zu springen, indem er davon ausgeht, dass der dann da noch ist. Das ist es ja genau so. Er wurde am Ende von Book überzeugt und von Jet Reno, dass wenn er in dieses andere Universum geht, dass der Typ ja ein anderer wäre und nicht seiner. Und das impliziert für mich, dass der sich nicht weggebeamt hat, sondern dass der einfach draufgegangen ist und der Attackers verdrängt hat. und meinte, ja, wenn ich in ein anderes Parallel-Multiversum springe, dann kann ich wieder glücklich sein. Was aber vorher für mich gar nicht rausgekommen ist. Ich dachte, irgendwie wirklich, der wäre rüber. Und in dieser Episode sprechen sie plötzlich darüber, nee, er ist nicht rüber. Du hast nur verdrängt, dass er tot ist und du willst deine Familie wiederholen. So ein bisschen, übrigens eine schöne Kopie von Spider-Man Into the Spider-Verse, wo Wilson Fisk nämlich genau das Gleiche vorhatte, seine Frau und seine Familie aus dem Parallel-Universum wiederzuholen, weil die in seinem Universum gestorben sind. Aber diese Motivation von Tarka, das habe ich erst kapiert, nachdem die ihm am Ende das rausgeredet haben. Ja, ich habe es aber zu, und dann kannst du mal wieder sehen, wie komisch das geschrieben ist. Ich habe es nämlich so gedeutet, dass das vielleicht so ist, wie er sagt, aber er brauchte ja zumindest den Book, dass der irgendwie da mitmacht. Den braucht er ja irgendwie, damit er das Schiff legt oder keine Ahnung, warum man den braucht oder weil er halt noch ein Buddy will. Und ich glaube, der Tarka ist schon überzeugt davon, dass sein Liebelein einfach nur in seine Dimension zurückgesprungen ist. Wie der den dann da findet, das steht auf dem anderen Blatt. Und den Book und der Reno will er halt schmackhaft machen. Ja, kommt doch zurück in dieses mit, oder kommt doch nicht zurück, also er fliegt jetzt zum ersten Mal hin, aber kommt doch in dieses Paralleluniversum. Da gibt es dann ein neues Quajon und da gibt es auch die Partnerin von der Jet Reno wieder und dann seht ihr die wieder. Und dann sagen sie, ja, nee, das sind ja nicht die gleichen. Ich glaube nicht, also ich habe das nicht so verstanden, dass sie das jetzt explizit auf seinen Schätzelein da gemünzt hatten, sondern halt nur auf ihres. Nee, er hat ja seine Quest aufgegeben, dahin zu kommen, weil er es eingesehen hat, dass es nicht derselbe ist. Weil er hat ja am Ende auch selber gesagt, ja, ich weiß, das wird nicht derselbe sein. Ich hatte die Hoffnung, aber es ist ja doch ein anderer. Und genau damit hatte ich ein Problem, weil uns wurde doch an jeder Stelle suggeriert, dass der Typ rübergesprungen ist aus Tarkas Erzählungen. Und jetzt ist er dann doch durch die Emerald Chain draufgegangen, wo es keine, nicht mal einen Hinweis drauf gab. Was wir ja nicht wissen, es hat sich ja einfach nur aufgelöst. Ja. Oder wie Steampunk Welten im Chat schreibt, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, und wenn man noch nicht mal das nachvollziehen kann, die Motivation einer der Hauptgegenspieler, ich meine, ich kann es verstehen, dass man versucht, jemanden zu kreieren, jemanden zu schreiben, dessen Trauma nach man nachvollziehen kann und dem man, da, wo man verstehen kann, warum er so ein Getriebener ist. Alles wunderbar. Ich habe jetzt eben nochmal ein Video gesehen von einem sehr guten Channel, Nerd Stalgic, heißen die. Die haben analysiert, warum Le Chiff aus Casino Royale einer der besten Bond-Bösewichte ist und warum man ihm halt nachvollziehen kann, weil er halt kein irgendwie Trauma hat und sich an der Welt rächen will oder sowas. Er braucht Kohle und zwar eine Menge. Genau, er braucht Kohle, er ist ein Getriebener, er hält keine Reden oder so, er hat keine geheime Basis, er ist unter Druck und muss was machen und er ist nicht derjenige, der andere unter Druck setzt und deshalb kann man fiebernd man, also man fiebernd nicht mit ihm mit, aber man kann nachvollziehen, warum er so eine Bedrohung ist, weil er unter Druck ist und das ist ja im Prinzip was sie mit Taka erreichen wollen, so in der Richtung, wie er geschrieben worden ist, aber man versteht diese Motivation nicht, weil es alles einerseits kryptisch ist und andererseits irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommt. Ja, im Chat ist man sich einig, dass bei Discovery wirklich wenig Sinn macht, der Limmick schreibt, von Staffel 1 bis 5 macht nichts Sinn und 5 kommt erst noch und auch Mr. Twitch ist der Meinung, nein, rein gar nichts macht bei STD Sinn. Also ich habe auch meine Notizen für Folge 12 haben sich damit auch schon erschöpft, ich habe noch einen Satz noch, Zora hat ein Bauchgefühl, das war auch so eine komische Nummer, das heißt Zora kann, also der Grund, warum Chad Reno überhaupt entführt werden konnte, also keine Ahnung, weil jetzt in Folge 13 werden auf einmal diese Personal Transporter exzessiv genutzt, vorher gab es x Möglichkeiten, die ganze Staffel, wo man es hätte machen sollen und sie haben es nicht gemacht und jetzt in Folge 13, da laufen sie auf den, ist dir aufgefallen, dass sie auf den auf den Turbolift zulaufen und sich dann trotzdem wegbeamen? Ja, natürlich. Also wie als wenn noch Geld übrig gewesen wäre und sich dann gedacht hätten, hey, wir haben noch ein bisschen Kohle übrig, dann können wir auch nur noch einen Beam-Effekt reinbringen, ja cool, mach. Ja, diesen Personal Transporter, den verstehe ich sowieso nicht ganz. Ja, für Notfälle, okay, wenn alle faul geworden sind, dann beamt man sich lieber ins Maschinendeck, als dass man 10 Minuten braucht mit dem Aufzug und durch 10 Gänge, aber das ist auch so ein bisschen wieder dieser, eigentlich ist ja der Weg das Ziel und die springen direkt zum Ziel rüber, ne, also gerade in diesen Szenen, die in Aufzügen stattgefunden haben oder wo Leute durch Gänge gehen, sind doch wunderbare Dialoge entstanden und die Zwischenmenschlichkeit zwischen den verschiedenen auch bei Discovery, auch bei Discovery, erinnerst du dich an die Folgen, wo wir uns schon fast drüber lustig gemacht haben, dass sie nur stundenlang durch Gänge laufen, ja, und jetzt das komplette Gegenteil. Aber auch wieder hier, die Zeitverteilung, die die drin haben, geht mir einfach so tierisch auf den Keks und das haben manche andere Serien auch, man hält sich eine ganze Staffel, neun Folgen, acht Folgen, neun Folgen mit Vorgeplänkel fest und versucht irgendwas, irgendein Mysterium aufzubauen und am Ende hetzt man zum Ziel, obwohl das Ziel, der Weg zum Ziel doch viel spannender gewesen wäre, wenn man sich noch die richtigen Teile rausgesucht hätte. Eben schon gesagt, diese Kommunikation, der Aufbau der Kommunikation, das ist doch das Wesentliche, was Star Trek ausmacht. Wieso nicht den Fokus darauf setzen, anstatt auf dieser Bedrohung durch das Ganze. Ja, man muss die Bedrohung aufbauen. Lasst die drei, vier Folgen Zeit für die Bedrohung. Lasst die drei, vier Folgen Zeit, um auf dem Weg dahin zu gehen, hinzureisen und mehr über diese Spezies zu erfahren und dann am Ende drei, vier Folgen, um mit denen die Kommunikation aufzubauen und das ganze Gelernte von vorher einzusetzen. Das wäre doch eine perfekte Aufteilung gewesen. Aber nee, man nimmt, Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon viel zu aufgeregt, dass ich hier alles umschweiße. Man nimmt sich viel zu viel Zeit für Dinge, die absolut unrelevant sind, um eine homogene Story aufzubauen. Aber deshalb hat mich diese Folge 12 cool, fand ich super und dann habe ich gedacht, nee, wir haben ja jetzt noch eine Folge, eine Folge 13 und da müssen sie jetzt alles auflösen und es ist genauso eingetroffen, wie ich es mir gedacht habe bei diesem Cliffhanger. ja, dann sind wir also in Folge 13 Coming Home und wie ich schon sagte, ich habe die dann mal auf Englisch geguckt und ja, ohne Scheiß, da sind, also Jet Reno hat einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich, die gnödelt ihre Lines einfach runter, das mag ja vielleicht so ein Ding sein, aber in dem Moment war es jetzt wirklich auch, also es war halt kein Zeitpunkt für Tick-N-Terror-Comedy in dem Moment, weißt du, ja, und sie knödelt da und nölt ihre Sätze da runter, da, 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 auf einer Tonlage, so, okay, Gott, oh Gott, ja, wie wenn sie es im Tonstudio eingesprochen hätte und gar nicht wusste, was die Szene sein soll, wie wenn ihr das keiner gesagt hätte, ja, weil Profi kann das definitiv besser und auch sonst und der Tiefpunkt war dann am Ende, aber das war natürlich dann eine Sache, da kommen wir dann gleich zu, wer das war, aber auch wirklich auch Dr. Kalver ist so völlig overacted, es war wirklich schlimm und ich kann auch bald die Perücke von der Vulkanier-Präsidentin nicht mehr sehen, geht ich und auch, also es, ja, es ist wirklich am Ende war es zu viel. Ja. Da will ich, glaube ich, eher nochmal drauf eingehen. Klar ist sie jetzt in ein paar Filmen und Serien aufgetreten und hat ein bisschen was gespielt, aber sie ist halt Stand-Up-Comedian. Genau. Wie, wie viele, und das merkt man halt, Stand-Up, ihre trockene und nüchterne Art ist genau, was die reißt. Ich finde ihr Programm großartig und was sie eben auch immer mal wieder für Clips bei Funny or Die und so was rausgehauen hat oder war es College Humor, ich weiß es nicht mehr, finde ich super, heißt aber noch lange nicht, dass dadurch auch ein guter Schauspieler entsteht. Exakt und dann kannst du sie als Comic Relief halt mal reinbringen, ja, alles gut, aber das war jetzt halt definitiv völlig überspannt, dieser Bogen und dann war auch irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, ja gut, wenn das jetzt überhaupt nicht bedrohlich ist, weil sie halt trotzdem einfach noch da sitzt und so tut, als wäre halt nichts, warum soll ich das als Zuschauer dann jetzt großartig bedrohlich nehmen, ja. Gut, man hätte halt auch sagen können, aber das ist halt dann auch ganz schön viel Gut Will reininterpretiert, ihr ist halt alles scheißegal, weil sie sowieso keinen Bock mehr hat zu leben, aber dann hättest du sie alle vier Staffeln schon darauf aufbauen müssen, dass sie im Prinzip so der Bekloppte aus dem Maschinenraum ist, der bei jeder Gelegenheit versucht sich umzubringen, weil er keinen Bock mehr zu leben hat, ja, und dem dann in der Situation halt wirklich, und dann wäre es sogar sogar ganz witzig gewesen, dass dann der Tarka mit der Weltvernichtung droht und sie halt, mach doch, ist mir doch wurscht, ja, irgendwie sowas, aber, ja, das war halt dann auch nicht der Fall und der Tarka ist dann, ist der jetzt, der ist dann tot, ne, oder nicht, aber der ist aber auch offscreen gestorben, hat man die jetzt gesehen, weil die, die komische Generalissimo-Tante von der Herde, die geht dann auf eine Suicide Mission, aber natürlich überlebt sie das, weil niemand hat irgendwas Konsequenzen und dann rammt sie das Schiff vom Buck, der wird dann später zurückgeholt, können wir gleich drauf eingehen, aber der Tarka ist weg, ne, also der ist dann, ja. Ja, also, ich habe auch diesen Plan habe ich erst verstanden, nachdem sie es ausgeführt haben, ähm, sie hat das Schiff gerammt, damit es nicht mehr seine Mission aus, äh, ausführen kann, okay, dabei wird irgendwas kaputt gemacht, ähm, dann, es hat auch sehr viel Annahme dabei, ja, es ist ja, okay, das ist ja, warum konnte man es sich abschließen? Es ist ja auch im letzten Film, dass das Setup, äh, äh, wirklich an den Haaren, an den Beinen gezogen ist, aber es ist nicht schlimm, solange man Spannung, äh, draus, draus macht, und hier, sie konnte jetzt, also, es haben sich alle von ihr verabschiedet und sie wollte sich opfern, weil sie es ja auch versaut hat in den Folgen, äh, davor, ähm, hat alles wieder gut machen können, wurde zurückgebeamt, für Buck hatten sie dann noch genug Energie, um ihn zu beamen, weil, oder die hat, Buck hatte selber im Schiff noch genug Energie, sich zu beamen, aber Tarka nicht, weil immer noch ein Schutzschild drauf war, dass sie ihn nicht raus beamen konnten, aber das sollte doch zerstört geworden sein, durch die Karambolage, ähm, es wird doch, es ist auch sonst auch so, wenn man ein Schiff rammt, dann werden die Schilde zerstört, und auf null Prozent, und dann sollte man noch beamen können, oder? Ne, ach ne, sein Schiff hat ja irgendwelche, so ne komische Legierung, ähm, wo ich mir übrigens gedacht habe, in dem Moment, wo sie gesagt haben, ich bin auf die, äh, ursprünglich, äh, auf die eigentliche Lösung gar nicht drauf gekommen, ähm, als sie ihren Sporenantrieb opfern wollen, äh, und dann quasi einen auf Voyager machen müssten, um zurückzukommen, dachte ich, ah ja, die Lösung ist ja, dass sie irgendwie Tarka aufhalten, und den Sporenantrieb aus seinem Schiff raus, äh, rausbauen, dachte ich erst, die gehen in die Richtung, ich bin gar nicht drauf gekommen, ja klar, die können durchs schwarze Loch, womit die, äh, die M.A. verschickt wird, auch zurückkommen. Ja, im Chat wird auch richtig gefragt, haben die keine Torpedos mehr, also auch das war so eine Geschichte, so, wie, wo, ja, äh, noch ein richtiger Hinweis vom Grillmeister Grenze zu Folge 12, jeder vermisst Reno, keiner fragt aber den anderen, wo sie ist, ja, ähm, Stamets und Zora sich gezofft, ja, ja, eine einfache Frage, Zora, wo ist Reno, aber er klappert lieber das ganze Raumschiff nach eigener Aussage ab, also, ja, also dann hab ich mich auch gefragt, hat Zora keine optischen Sensoren, hat sie einfach nur Sensoren, das heißt auch, 900 Jahre später sind sie auf dem gleichen Stand wie auf der Enterprise D, das heißt, sie gucken nur, wo der Kommunikator ist, hm, okay, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass die ein bisschen weiter sind, und nochmal, aber das Grundproblem ist eigentlich, dass, wenn du einfach nur blipp machen musst und weg bist, wobei ja auch die Frage ist, woher weiß denn der Kommunikator, wo ich hinbeamen will, also nur mal so, ja, nur mal so, ja, woher weiß der Kommunikator, wo ich hinbeamen will, naja, der, sagen wir mal so, da ist bestimmt irgendwie ein Google Assistants oder Alexa oder Siri hinter, die das rausinterpretieren kann, wer weiß, wie die Datenanalyse in dem 30. Jahrhundert, 29. Jahrhundert, wo sind wir denn da, mittlerweile ist, weil ehrlich gesagt, die Kommunikatoren haben ja von dem aus nie wirklich Sinn gemacht, manchmal in einem Satz spricht man über Computer und der Computer reagiert nicht und im anderen Satz fragst du das Schiff Computer, sag mir mal was, das Schiff, die Translator, Universal Translator in dem Kommunikator, wissen dann einerseits, was sie übersetzen wollen und andererseits kann dann noch klingonisch gleichzeitig gesprochen werden, was keiner dann versteht, sondern nachfragen muss, was bedeutet denn das, das ist ja sowieso immer der, der Plot-Convenience des, des Kommunikators. Alles gut, war jetzt auch nur bedingt, wenn es nur das wäre, ja. Aber das, ehrlich gesagt, hat mich das nicht gestört, ja, die haben... Nein, nein, also hat mich jetzt, ich fett mir nur gerade so, gerade im Moment so ein, wo wir so drüber sprechen und... Neurales Interface, Mr. Stockey, danke, ja, Neurales Interface. Hat Elon Musk doch alles richtig gemacht. Genau. Und Zora hat dann halt auch nur so ein Bauchgefühl und, ja, okay, es ist, naja, die Story kann ich ja nachvollziehen, sie wird ja menschlicher, sie kriegt ja Emotionen und wenn man so einen Computer hintergeht, dann ist es halt, er hat dann irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, wenn da irgendwas nicht stimmt, das ist wie, wir brauchen was Falsches gegessen haben und das passt nicht und hat jemand irgendwas ins Essen reingeschmuggelt. Also das kann, konnte ich schon nachvollziehen, also von daher, das passt, ja. Okay, also jetzt aber dann nochmal zu Folge 13. Also wir lernen, dass das Sternenflotten Hauptquartier fliegen kann. Ähm, ich hab's erst gar nicht gecheckt, weil das halt nicht, äh, horizontal, äh, ne, senkrecht, senkrecht fliegt, vertikal fliegt, sondern horizontal fliegt. Das hab ich erst gar nicht erkannt. Ich so, was ist, was ist das denn für ein Schiff? Ja, und dann irgendwann so, ach so, dann ist das Starfleet Headquarter, was gerade mit Warp durch die Gegend saß, was uns vorher kein Mensch gesagt hat, dass ich das, dass eine Raumstation jetzt Warp hat. Okay, von mir aus kann eine Raumstation Warp haben. du hast mir jetzt was erklärt, du hast es mir gerade erklärt, ich hab's nicht, bis jetzt, bis du's mir gerade gesagt hast, hab ich nicht kapiert, dass das Sternenflotten Hauptquartier war. Ich dachte, das wär irgendein Trainingsschiff, was die da irgendwo rumfliegen. Ich hab erst jetzt verstanden, ah, okay, aber weil ich's in diesem ganzen, äh, Set-Design und dem ganzen Raumschiff-Design auch nicht kapiert hab, welches Raumschiff was ist, äh, äh, also du könntest mir irgendwas zeigen und ich könnte die Raumschiffe nicht auseinanderhalten. Aber das war das Sternenflotten Haupt, okay, ja, ja, verstehe. Ich hab auch erst eine Weile gebraucht, ich so, was ist das denn, der, 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 der Elfenbeinturm der kindlichen Kaiserin oder was fliegt da jetzt durch die Gegend? Ja, sehr gut, sehr gut. Was, was ist das? Ich so, gar nicht und dann irgendwann, ach so, das ist das Sternenflotten Hauptquartier nur um, 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 um 90 Grad gekippt. Okay, alles klar, got it, okay. Die haben ja nicht gezeigt, wie die losgeflogen sind, oder? Nee, überhaupt nicht, die flogen einfach, also. Ja, aber, immerhin, in der letzten Folge taucht Tilly nochmal auf. Ja, Tilly und ihre Klasse sind wieder zwar und exakt die gleiche Klasse wie von vorher, damit wir uns das als Zuschauer auch merken können, ähm, kommt also die gleiche Klasse nochmal, äh, äh, ja, ähm, 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 Kostümdepartment hat eine Menge zu tun gehabt und, ähm, dann ist sie dann da, weil sie halt dann da ist. Wir hatten ja prognostiziert, dass sie wiederkommt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass sie ja jetzt am Ende einfach nur nochmal als Hologramm wiederkommt, aber okay, dann ist sie halt dann da und bleiben wir doch mal bei Tilly und dem Admiral. Das habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden. Also dann gibt es mal wieder den Countdown der Woche, weil die DMA ja dann jetzt im Sonnensystem ist und dann deswegen irgendwie die Asteroiden vom Asteroidengürtel jetzt auf die Erde fliegen, was jetzt dann doch eine Gefahr ist, obwohl die Erde ein Schutzschild hat. Also warum ist das jetzt eine Gefahr? Weil sich das, ja gut, weil die DMA so groß ist, dass sie sich über das ganze Sonnensystem ausbreitet, okay. Das heißt, die ist dann also dann doch weg. Ähm, und dann soll jetzt das Sternenflottenhauptquartier was genau tun, weshalb sie dann noch an Bord bleiben müssen, weil sie machen ja dann nichts. Sie trinken dann irgendeinen aldebaranischen Whisky oder keine Ahnung was und sagen dann noch, wir haben noch zwei Stunden Zeit bis zum Ende der Welt. Und ich habe mir nur so gedacht, so ja gut, Mann, Frau, zwei Stunden Zeit, die Welt geht unter. Ich hätte ja so abgefeiert, wenn die noch irgendwie ums Eck gegangen wären. Also warum genau sind die jetzt da an Bord geblieben? Ich habe es nicht verstanden. Also ursprünglich, die Mission von denen ist ja darüber zu fliegen, um möglichst viele Flüchtlinge von der Erde abzuholen. So viele wie man kann. Ich meine, es wird eine Zahl in den Raum geworfen und man sieht noch nicht mal ansatzweise, was mit dem Rest passiert. Das kommt ja noch dazu. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, es hatte irgendwas mit der Rekalibrierung der Schutzschildes zu tun und sie haben es noch nicht mal geschafft. Das ist ja dann auch noch mal so eine Sache, die ich mich immer mal wieder bei Star Trek frage und gerade bei solchen Schiffen. Unsere Kapazität ist voll. Es steht niemand hier im Raum. So ungefähr. Du hast etliche Quadratkilometer in diesem Schiff, wo einfach alle mal auf Gängen stehen können und so. Und die sorgen sich darum, dass wahrscheinlich jeder eine Schlafgelegenheit bekommt. So ungefähr. Was ja furchtbar egal ist. Ich meine, sehen wir ja im Besten, in diesem Fall sehen wir es ja krass in der Realität, wie einfach eine Flüchtlingswelle nicht abklingt. Alle hauen ab, alle wollen das kriegen, was sie kriegen wollen. Die Rettungsboote sind voll. Hat man nichts von gesehen. Ja, eben. Das habe ich mir auch gedacht. Eure komplette Brücke ist leer. Also ich meine, und das Ding kann wegwarpen. Also packt doch das Hauptquartier so voll bis zum letzten Mal. Ich meine, Gewicht kann ja kein Thema sein bei einem Warpantrieb. Also sorry, das Ding kann bis, wie du eben sagst, bis auf den letzten Platz voll sein. Und auch Sauerstoff kann kein Thema sein. Und selbst wenn, dann fliege ich zum nächsten Klasse M. Ich habe es nicht verstanden. Und im Chat wird noch vom Steampunk-Welten darauf hingewiesen, eigentlich hätte die DMA die Asteroiden durch riesige Masse anziehen und nicht Richtung Erde stoßen müssen. Ja, das hatten wir auch in einem der letzten Casts schon mal gesagt, als nämlich die DMA diese Smaragd-Kettenstation, auf der einen Mond weggeschoben hat, was halt auch einfach so keinen Sinn macht. Dafür, wenn dann später die DMA aufgelöst wird, fliegen dann die Asteroiden wieder zurück. So, hä? Wieso jetzt das? Das ist doch keine, das ist doch keine Flutwelle. Naja, vielleicht, vielleicht stößt die irgendeine Gravitationswelle ab. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Riesige Masse, aber er stößt alles, also wird ja wohl so sein, dass er alles abstößt. Und dann, die Asteroiden waren alle aus der Ortschen Wolke? Ja, keine Ahnung, wurde das gesagt, wo sollen sie sonst herkommen? Oder waren das irgendwie, ist der Mond schon kaputt oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die flogen halt dann da plötzlich rum und auch das war wieder, das war halt wieder so, weißt du, du hast die DMA im Grunde genommen nur einmal so kurz angedeutet gesehen, aber was halt völlig gefehlt hat, war mal so ein Überblick und wenn es nur eine Karte ist, einfach nur eine Karte in einem Ready Room und man sagt, da ist Mars, da ist Saturn, da ist Jupiter, Mond, Erde, bla, und hier ist die Sonne und dann siehst du dieses Riesending und ich glaube, wir hatten ja schon mal gesagt, dass die DMA größer als unser Sonnensystem ist, also eigentlich hätte es ja in dem Moment, wo die da auftaucht, eigentlich schon instantmäßig alles Platz sein müssen. Okay, gut. Im Chat wird gesagt, die halbe Galaxis passt doch in die Turbolift-Schächte. Wieso? Genau. Haben wir doch gesehen in den Shorts und überall woanders. Also, ja, gut, Zeit ist natürlich ein Faktor, aber wie gesagt, der war ja nicht voll und warum dann und die Tatsache, Personal Transporters, komm, jeder hat einen Personal Transporter, der hat doch alle auf der ganzen Erde einmal zapp, 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 alle oben. Und die Tatsache ist, dass wir jetzt hier ja durchaus ein Erkläglichmaß an Menschen haben, die hier live zugucken und keiner in den Chat uns irgendwie mal schreiben kann, warum, wieso, weshalb. Also, wir sind nicht alleine, Michael. Es stimmt nicht mit uns nicht, sondern wir sind da nicht alleine. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja jemand beschreiben, ob die Kollegen vom Panel oder von Chateau Picard oder so, ob die irgendwie dafür eine Lösung gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall dafür keine gefunden. Aber gut, es ist ja nicht das erste Mal, dass es uns hartlos zurücklässt. der Teil der Episode hat mich jetzt eigentlich nicht so gestört. Bei den Punkten, die wir gerade besprochen haben, die haben mich eigentlich nicht so gestört oder sind mir nicht so aufgefallen, weil ja, wir checken mal bei der Erde vorbei und sehen, wie dramatisch es bei der Erde läuft. Ist gut. Eigentlich hat das für mich in dieser Folge noch zu sehr Platz eingenommen für so wenig, wie man letztendlich gezeigt hat. Und ehrlich gesagt, ja, es ist schön, Tilly wieder zu sehen, aber der Admiral Imhotep hatte doch in den letzten Folgen mehr Screentime als sie und es war so ein bisschen unverdient, was wir von ihr bisher in dieser Folge gesehen haben, weil wir einfach nicht wissen, was bis dahin passiert ist. Ja, wir checken rein, weil sie ein liebgewonner Charakter aus den letzten Staffeln ist, aber wer weiß, was in den Monaten dazwischen passiert ist. Das hat mich eher gewurmt, anstatt noch mehr zu versuchen, mit den Ten C Kontakt aufzunehmen. Ich hatte jetzt einen ganz miesen Spruch auf den Lippen, was in den zwei Monaten mit Tilly passiert ist, aber ich sag es nicht. Dafür darf die Family vom Admiral Vance mal wieder durchs Bild laufen, weil die Family vom Admiral Vance einfach nur dafür da ist, um zu einer Aufstimme von Michael Burnham Hand in Hand durchs Bild zu laufen. Das haben die jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gemacht oder so. Ach Mann, zeigt die uns doch mal. Also lass doch mal den Admiral Vance mit seiner Familie interagieren, damit ich auch mal wirklich eine Beziehung zu dem aufbauen kann und damit ich mal irgendwie das Gefühl habe, für den geht es auch um was und ich gehe einfach nur so wie so Stockmaterial. Das ist wie so eine Familie aus Stockmaterial, die ich in den x-beliebigen Werbespot reinschneiden kann. So laufen die durchs Bild, so tralala. Hätte man noch ein Cameo von Rachel Weisz mit reinbringen können und dann wäre die Mumie Reunion perfekt gewesen. Ja, irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Das ist schon so ein Running Gag. Na gut, okay. Also das ist so diese eine Geschichte. Aufs Ende gehen wir gleich. Jetzt hüpfen wir aber eben nochmal kurz zu unseren Space Cthulhus. Also die Aliens sind jetzt die sehen wir dann in Folge 13 zum ersten Mal und sie sind jetzt auch zumindest mal nicht humanoid. Also Gott sei Dank endlich mal. Aber es sind halt am Ende auch nur große Quallen, die für mich einen Haufen Cthulhu-Vibes hatten und auch irgendwie an über dem also es hätten auch Mutterwesen von Independence Day sein können. Die sehen auch so ähnlich aus. Also es war mal was anderes. Stimmt, die haben mich total, da sagst du was, die haben mich total an diese Aliens aus Independence Day erinnert. Nur übergroß. Genau, nur übergroß. Und deswegen war es halt und dann hatten die dann auch halt ein Hive-Mind. Das ist halt jetzt auch nichts Neues. Das hatten wir bei den Borg und bei den Gründern und dann gab es nochmal eine TNG-Episode mit so einem Hive-Mind. Das ist halt auch irgendwie nichts Neues. Also es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich ehrlich gesagt gedacht habe, aber es war jetzt auch nicht so the big reveal. Und was mir wirklich sauer aufgestoßen ist an der Sache ist, dass also die haben jetzt da mit der DMA den Kram da abgebaut, weil sie ihre komischen Hyper-Bubble da aufrechterhalten wollten und dann kommt ein Book an und sagt, ja das ist jetzt blöd und dann sagen die, ah ja okay. Genau, genau, genau. Die sind keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre die die das schon machen und nur ein fremder Mensch, den die noch nicht mal verstehen können, ist ja kein Mensch, nur eine fremde Spezies muss einmal vorbeikommen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Okay, ja, hast recht, wir hören auf damit. Nein, das ist diese ganze Kommunikationsgeschichte. Plötzlich haben sie einen Universal Translator, wo Saru nur noch ein bisschen was eintippen muss und seine eins zu eins perfekten Satzbau zurückbekommt, so ungefähr, wo sie in der Folge davor noch mathematische Gleichungen lange ausrechnen mussten, um überhaupt irgendeine Kommunikation hinzubekommen, wird jetzt plötzlich in komplexen Sätzen gesprochen. Ja, aber das ist ja, weil der Book sein Telepathie Jedi Mind Trick da macht. Da leuchtet ja für den Bruchteil eine Sekunde. Das geht so schnell, dass du fast nicht siehst, dass da seine Stimme wieder leuchtet. Ja, das ist ganz am Schluss, aber vorher, er spricht doch, vorher haben sie sich darüber unterhalten, wie können wir denn eine Empfindung mit größer gleich raushauen, so ungefähr. Ach so, ja, ja, okay. Wie können wir das über mathematische Gleichungen deinen Sachverhalt klar werden lassen, dass ihr uns was Böses tut, so ungefähr. Und in dieser Folge, am Ende der Folge, sprechen die in komplizierten, komplexen Sätzen, vermitteln die Sachverhalte, über die lange diskutiert werden müsste, aber weil wir in dieser Episode keine Zeit mehr haben und ein Herr-der-Ringe-Ende daraus machen müssen, wird es jetzt innerhalb von zwei Sekunden abgehandelt. Ja, 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 es ist so. Und das ist so diese eine Geschichte, und dann, wie gesagt, der kommt halt hin und sagt, ja, nö, hört mal auf damit. Ach so, und du beginnst, wenn ihr, es reicht nicht nur damit aufzuhören, nein, ihr hinterlasst auch noch Umweltverschmutzung, die müsst ihr auch wieder wegmachen. Ah ja, okay, okay, gut, alles klar. Aber wir sind eigentlich schon gesprungen, denn eigentlich müssten wir ja noch über das Schreckliche reden, dass ja, der Buck ist ja beim Transporten, beim Transportieren ja verschütt gegangen, der war ja weg, und dann hat die Michaela ja zum ersten Mal einen Grund gehabt zu weinen, und dann hat sie auch geweint, was sie am besten kann, und dann hat es halt mal wieder, wie so oft in dieser Sendung, keine Konsequenzen, weil der kommt dann wieder, und ich habe ja für eine Sekunde gedacht, boah, nee, wenn die jetzt so alles wiederkommen lassen, dann beiß ich in die Auslegeware. Aber es war ja dann nur er. Warum ist der Taka nicht wiedergekommen? Warum das Kind nicht? Taka wurde ja nicht gebeamt. Taka, der Transporterstrahl konnte ja nicht aufgenommen werden, und da konnten die ja auch nicht denken, dass das plötzlich irgendwas Besonderes wäre, auch ein voller Schwachsinn. Ja, die transportieren sich doch da hin und her mit ihren Personal Transporter, da hätten die sich doch irgendwen schnappen können, so ungefähr tausendmal. Aber ich habe für eine Sekunde gedacht, für eine Sekunde, als Buck draufgegangen ist, wow, jetzt muss Michael mit einem richtigen Trauma klarkommen und das vielleicht ins Positive umkehren. Und dann, das prägt ihre Existenz als Käpt'n in der nächsten Staffel. Nö. Nö. Genau. Nö. Nö. Da ist er wieder. Ja. Da ist er wieder. Ja. Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, die Leute, hört auf. Und die sagen, okay, alles klar. Und man sieht dann auch später nochmal, sieht man auch nochmal diese Dyson-Ringe, die werden halt auch wieder überhaupt nicht thematisiert, die sind halt auch nur da, weil es cool aussieht, sonst halt nix. Und dann hätte es noch einen kleinen Spannungsmoment für Staffel 5 geben können, nämlich, dass der Sporenantrieb beim Versuch, sich aus dieser Bubble zu befreien, kaputt geht und der Stamets dann sagt, oh, dann haben wir 70.000 Trilliarden Lichtjahre, die wir zurückfliegen müssen und wir werden den Sporenantrieb, was sowieso ein blödes Plot-Device ist, endlich losgeworden. Ja, nee. Schwupps, macht sich ein Wurmloch auf, man kann zurückfliegen, also sie hätten sie auch eigentlich gleich per Magie gleich hin transportiert, wäre auch scheißegal gewesen, ja. Und da uns ja dann sofort in der Sekunde, als der Sporenantrieb kaputt gegangen ist, ja sofort gesagt wird, ja, den können wir ja im Space Dog wieder reparieren lassen. Ja. Ja, ich meine, selbst da, selbst wenn es so gewesen wäre, okay, dann hätten die ihre DMA abgeschaltet, alles gut, hätten sich auf den Weg gemacht und dann wären vielleicht zwei Folgen in der fünften Staffel damit beschäftigt gewesen, ein bisschen die Reise zu zeigen, schöne, unbekannte neue Welten, nee, da haben wir ja eine andere Serie für und dann wäre die Föderation hingekommen und hätte die mit einem Sporenantrieb, den die ja nachgebaut haben, suchen können, so ungefähr. Aber, wie gesagt, wir brauchten ja unser Heer der Ringe, Ende, Rückkehr des Königs, wo dann 20 Minuten dafür auch gebraucht worden sind, zu zeigen, wie wunderbar alles ist, um dann ehrlich gesagt, sich wie ein Serienfinale anzufühlen. Ja, was es halt leider nicht ist. Die fünfte Staffel wird ja kommen. Ja, und wohingegen ich beim Herr der Ringe Finale jedes Mal durchaus ergriffen bin, jedes Mal aufs Neue, obwohl ich es schon zehn Mal gesehen habe, 15 Mal gesehen habe, genauso wie ich von Spocks Tod jedes Mal aufs Neue ergriffen bin, ist halt auch das wieder eine Geschichte, die mir halt völlig am Hintern vorbei geht. Ja, also, man hat dann diese, ja, die Föderation ist jetzt wieder an der Erde und dann ist natürlich die Generalissimo Erde ist natürlich nicht tot, die ist natürlich auch noch gerettet worden, hat dann da ihren kleinen Redemption-Arc gehabt, wird natürlich auch nicht verurteilt und gar nichts darf einfach weitermachen, wird dann ein bisschen gerüffelt von und da habe ich erst, da habe ich wirklich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, ne, also, nicht nur, dass jetzt, ähm, diese, die, das wusste ich zu dem Zeitraum, nämlich die Schauspielerin, die dann diese Erdenpräsidentin gespielt hat, wirklich so unglaublich schlecht war, also so unglaublich schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, von allen schlechten Darbietungen, die ich in dieser Serie jetzt gesehen habe, ist das wirklich die mieseste überhaupt, wie kann man sowas nur casten? Und dann dachte ich mir, natürlich hat man sie gecastet, weil, ähm, natürlich man im Grunde genommen noch jemand brauchte, der jetzt auch, ähm, äh, da hier nochmal, äh, ein paar Diversity-Aspekte in sich vereint, aber nein, dem war ja gar nicht so, denn wir haben hier ja ein Politiker-Kameo, was an der Stelle ja auch von mir aus völlig in Ordnung ist, aber ganz ehrlich, wenn ich ein Cameo mache, dann macht das früher wie mit Iggy Pop, stellt ihn einfach in die Ecke als fünften Klingonen von links oder dieses komische Fischmonster, was der gespielt hat, und lasst ihn nicht sagen, ja, wenn ich irgendwelche Trackers habe, Trackies habe, die da rein wollen und die halt nicht schauspielern können, dann dürfen die sowas nicht sagen, weil das war wirklich grausam, die hat mich völlig rausgeholt. Für eure Info, wer ist das? Das ist eine demokratische Politikerin aus dem Bundesstaat Georgia, sie heißt Stacy Abrams, hat aber nichts mit J.J. Abrams zu tun, weder Verwandt noch verschwägert, und sie hat sich mal in Georgia als erste Demokratin zur Gouverneurswahl aufstellen lassen, hat aber dann verloren, das ist jetzt in Georgia auch jetzt nicht so schwierig, als Demokrat da zu verlieren, und weil die halt sich auch für Bürgerrecht und Blauen überhaupt einsetzt und noch großer Star Trek Fan ist, dann hat man sie halt da reingeholt, ist ja auch in Ordnung, aber ganz ehrlich, die Frau kann ja leider überhaupt nicht schauspielern und ja, das ist jetzt Body Shaming, sorry, schreibt mir böse Mails, aber ich komme einfach mit diesem Erscheinungsbild im 29. 30. Jahrhundert nicht zurecht, sorry, die haben mit Abstand durch die Bank die schlechtesten Zähne, Zähne, ja, jeder hat da schlechte Zähne, achte mal drauf, ja, das ist grausam, das ist wirklich grausam, das ist wie als wenn das so ein Modeding wäre, ja, und Adipositas, ganz ehrlich, sollte auch kein Ding mehr sein, ein Teil, warum, nee, ohne Witz, wenn ich eine Utopie mache und das Gute damit, dann muss ich die Menschheit auch weiterentwickeln und dann sind die halt auch nicht mehr übergewichtig und ich darf es sagen, weil ich selbst ein paar Kilo zu viel habe, und ich habe keine Lücke, ja, es holt mich aber raus, es holt mich raus, es holt mich raus, also haben sich die anderen Serien jetzt auch nicht mit rumbekleckert, Politiker, vor allen Dingen männliche Politiker, die sind immer ein bisschen untersetzter, da darf das eine Frau auch sein, so ungefähr, es geht nicht, es geht nicht, dass sie das nicht sein darf, es geht um einen Charakter, um einen Charakter im 33. Jahrhundert, verstehst du, es geht um einen Menschen im 33. Jahrhundert, wo ich denke, dass die Medizin so weit ist, dass höchstgröße Adipositas kein Thema mehr sein kann und darf und sollte und deswegen finde ich, dass eine Menschheit, die sich so weit entwickelt hat, an der Stelle einfach nicht so dargestellt werden sollte, Diversity hin oder her und das hat nichts mit Bodyshaming zu tun. Würde die in Friends auftauchen, würde ich nie was drüber sagen, aber es geht um eine Sci-Fi-Serie, die zeigen soll, wie die Menschheit sich zum Positivst, zum Bestmöglichen, zur Bestmöglichen Version entwickelt hat und das ist nicht die Bestmögliche Version. Finde ich, es holt mich raus, aber auch die Zahnlücken holen mich raus. Ich würde mich da selber rausholen, wenn ich da mitspielen würde, wenn ich da, ich würde da nicht mitspielen wollen. Stell dir mal vor, die würden mich in so eine Uniform reinzwängen, das sieht doch nicht aus. Auch deine Brille und deine Klappe gehen da nicht. Komm, das ist jetzt, ehrlich gesagt, das, ich bin jetzt bewusst provokant, aber ich, ja, ich weiß das bewusst, also das finde ich, ehrlich gesagt, lächerlich. Da hat man schon viel, ganz andere Schauspieler in diesen Serien, in TNG und Co. gehabt, die auch so sich hätten geben müssen, vor allen Dingen in TNG. Wir sind jetzt im Jahrhundert, wo alles überhaupt nicht gut ist, wo die jetzt ja erstmal wieder aufbauen, die Erde und die Föderation und so. Da hätte man doch viel mehr dann diesen Standard schon bei TNG anlegen müssen, wo ja eigentlich alles perfekt war, so ungefähr. Also das ist ja... Nenn mir doch mal einen Dicken außer Scotty. Nenn mir einen Dicken außer Scotty. Einen einzigen. There is none. Es gibt keinen. Das kann sich jetzt gut... Sicher von Dom DeLuis oder ist doch sicherlich dabei aufgetreten in der Richtung. Dann war er aber kein Mensch. Also kein Erdenmensch. Schreibt's in die Kommentare, ob es irgendwann mal irgendeinen Dicken in irgendeiner... außer James Doohan in seinen späten Jahren. Schreibt's mal rein. Würde mich mir wirklich interessieren. Und das hat für mich was zu tun, weil ich ein Bild der Menschheit zeigen will, die sich die Menschheit eben weiterentwickelt hat. Und da gehört eben dazu, dass die auch alle... Die fressen doch alle Replikatorennahrung. Da sind doch gar... Die ziehen sich doch Chips rein, die keine Kalorien mehr haben. Da wirst du doch gar nicht dick von. Die trinken doch keinen Alkohol mehr. Die trinken nur noch Synthohol. Bla, 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 bla. Verstehst du? Es geht um dieses Gesamtbild. Es geht nicht darum, jetzt hier dicke Leute zu schämen. Überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich ein Weltbild habe, in solche körperlichen Gebrechen jeglicher Art eigentlich nicht mehr reinpassen. Sehe ich jetzt nicht so. Man wird sicherlich ein paar Beispiele finden. Aber okay, ja, gebe ich dir recht. Aber das ist jetzt... Sagen wir, wenn wir von Diversity sprechen, dann sollte sowas ja auch relativ egal sein. Ja, natürlich hat man eine bessere Ernährung. Natürlich hat man die beste Gesundheitsversorgung und so. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem gehen lassen kann oder irgendwas anderes hat. Genetische Ursachen, keine Ahnung. Also das lasse ich, ehrlich gesagt, das lasse ich jetzt für mich nicht so gelten. Musst du auch nicht. Das finde ich überzutrieben und zu spießerisch. Gut. Okay, einigen wir uns darauf, dass die Frau eigentlich schauspielern kann und dann haken wir das Thema an der Stelle ab. Ja, ich meine, man hat auch, das beste Beispiel war übrigens immer Stargate, die sich regelmäßig Militärpersonal geholt haben. Echtes Militärpersonal, das da Cameos gemacht hat aus der Air Force und aus der US Army. Natürlich, weil Stargate ganz stark mit denen zusammengearbeitet hat. Haben auch mal Air Force Generäle da Cameos und Sprechrollen gehabt. Kann man machen. Ich hätte sie jetzt auch nicht erkannt, aber ich habe auch die ganzen Air Force Generäle da nicht erkannt. Von daher war für mich okay für so eine Nebenrolle, hat mich jetzt absolut gar nicht gestört in der Richtung, mich haben da ganz andere Sachen viel, viel mehr gestört. Von daher, alles gut. Möchte nur anmerken, dass im Chat mir beigepflichtet würden. Nur so, nur so, so ganz am. Was sagen denn unsere anderen 1800, wir Zuhörer im Podcast? Schreibt uns doch gerne, schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 015259647709. Genau, der Mr. Twitch schreibt aber was ganz Richtiges. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht und da kam ja auch und ich würde es als Gegenbeispiel, in Starship Troopers gab es auch nur hübsche Menschen. Ja, stimmt, aber die waren schon wieder zu schön. In Starship Troopers sind sie ganz bewusst alle, also richtig schön, makellos. Ich meine nicht, dass bei Star Trek jemand makellos sein muss, Picard, eine Glatze. Darum geht es nicht, aber es geht einfach wirklich du auch. Aber du hättest aber keine Brille mehr im 33. 13. Jahrhundert. Haben die keine Brillen da? Kirk hat eine, weil er das komische Medikament nicht verträgt. Das ist die Erklärung für das eine Ding. Ansonsten haben die keine Brillen mehr. Nein, haben sie nicht mehr. Pille sagt irgendwann, hier, ich schenke dir die Brille, weil du das komische Medikament irgendwie nicht verträgst. Und sonst haben die das, selbst wenn, dann kann man es operieren. Der Visor, Geordis Visor. Genau, und irgendwann hat er auch den nicht mehr. Ja, stimmt. Was ich übrigens, keine Ahnung, da würde ich mir gerne die von sehbehinderten Menschen mal, das meine ich vollkommen ernst, ich würde wirklich mal von sehbehinderten Menschen mal wissen, vielleicht hört uns ja jemand da draußen, wie ihr das empfunden habt, dass Geordi irgendwann kein Visor mehr hatte, sondern praktisch dann normale Augen bekommen hat und irgendwann sind ihm ja die Augen dann in Resurrection ja sogar nachgewachsen. Würde ich mir wirklich interessieren, ob das eigentlich dann ja auch hier, dann hat man einen Charakter, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, der ein Handicap hat und mit dem man irgendwie bonden kann und dann wird ihm das zum Guten des Characters aber irgendwie weggenommen. Wäre mal interessant, also falls da jemand da draußen ist, dann schreibt das mal, das würde mich wirklich mehr interessieren oder ist euch das völlig egal. Mr. Stockey schreibt natürlich noch vollkommen richtig, dass David Cronenberg eine Brille trägt. Stimmt. Der ist halt auch allergisch gegen dieses Medikament, das sich in 900 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Na ja, ich glaube, ja, ich würde auch gerne auf meine Brille, ich meine, ich trage die mein Leben lang und ich habe mich daran gewöhnt und man sucht sich auch immer eine nette Brille aus, aber wenn ich ganz darauf verzichten könnte, ich glaube, Lasern funktioniert bei mir nicht. Lass dir bloß diesen Laserquatsch aufschwätzen, ohne Scheiß rausgeschmissen, mach, tu es nicht, don't do it. Lass dir als Optikersohn sagen, tu es nicht, mach es nicht. Ja, würde ich sowieso nicht. Ich habe mich sogar noch nicht mal ganz durchgerungen, mal Kontaktlinsen zu tragen. Ich bin völlig zufrieden mit meiner Brille, also von daher. Siehst ja auch, siehst ja auch Stieke aus. Wo aber gerade Kovic erwähnt wird, das ist noch eine von diesen offenen Fragen, die noch so sind. Der sagt ja in Folge 3, 4 oder so, kommen Sie nicht mit, nee, ich habe noch Wichtigeres zu tun. Wo wir uns schon gefragt haben, was kann denn wichtiger sein als das. Stimmt. Und, und siehe da, turns out, er ist halt nicht aufgetaucht, um uns noch zu sagen, was das Wichtiger ist. Sektion 31. Ja, whatever. Keine Ahnung. Ja, die, die krudeste, die krudeste Theorie, was Kovic gerade macht, bitte ab in den Chat, wir werden das gleich noch vorlesen zum Abschluss dieses Podcasts. Ja, aber was könnte, was könnte der denn machen? Also, das scheint ja irgendwie, vor allen Dingen, das ist, das ist so ein Red Herring, der, der niemals zu irgendeiner auflöse, das ist, glaube ich, so ein Running Gag, der, der Writer, sich da einen Spaß aus den Zuschauern zu machen, indem sie einfach niemals auflösen werden, was der tut. Die wussten ja schon, dass sie eine nächste Staffel bekommen, also ein gewisses Setup, aber dafür, dass sie wussten, dass sie eine nächste Staffel kommt, haben sie wirklich ziemlich rein abgeschlossen, dann sind wir wieder beim Herr der Ringe Ende, wo eigentlich nichts wirklich offen, ja gut, nichts offen geblieben ist, Buck, der wird wahrscheinlich in zwei Folgen wieder rehabilitiert in der nächsten Staffel. Michael, wann hat irgendwann in dieser Serie irgendwas, das aufgebaut wurde, jemals einen Payoff gehabt? Nennen wir auch nur eine einzige Sache, die in irgendeiner vorherigen Staffel aufgebaut wurde, die in der darauffolgenden oder der übernächsten irgendeinen relevanten Payoff hatte. Nur eine. Staffel 1 hatten wir vielleicht nur locker, aber das war's. Das war's. Ja. Ansonsten ist da nix. Und jedes Mal, wenn du denkst, sie kriegen noch die Abzweigung zu Kalypso, auch das, da kommt nix mehr. Also ich, da kommt, ja, jetzt haben sie natürlich Zora noch irgendwie drin, ich meine, vielleicht kriegen wir in der fünften Staffel, das sind aber diese Hoffnungen, die man hat, dass man da noch irgendwie was bekommt. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass da noch was kommt. Das Problem ist, dass wahrscheinlich die Geschichte, die ich mir jetzt in drei Minuten ausgedacht habe und du bist noch viel besser im Plot ausmalen, die dir in fünf Minuten ausgedacht, immer noch besser ist, als den Spöckes, den wir jetzt in Staffel 5, wenn sie darauf gehen, sehen werden. Ich meine, immerhin bin ich ja schon mal froh, dass wir keinen dämlichen Cliffhanger oder Post-Credit-Scene oder sonst irgendwas haben, sondern dass wir eigentlich jetzt in der fünften Staffel dann nochmal, ja, ich sag mal, nochmal ein komplett neues Abenteuer sehen, was unter Umständen losgelöst von Staffel 4 und Co. ist, wenn man da nicht eben noch sowas wie Kovic und so ein Kram hat. Ich bin ja auch ganz froh, dass Ed Michael jetzt nicht gleich noch zum Admiral-Präsidenten oder sonst irgendwas gekürt wurde, wobei es natürlich auch sehr lustig war, dass die Erden-Präsidentin kaum, dass sie aus dem Shuttle steigt, einfach direkt auf Burnham zugeht und halt die Föderations-Präsidentin einfach links liegen lässt und dann laufen wir mal ein Stück und dann ist er so, okay, ja, Protokoll, so wenigstens so ein bisschen, nee, okay, gut. Ja, zumindest hat sie mit der Präsidentin dann wieder dieses Hard-to-Hard-Gespräch, wo ihr dann gesagt wird, wie sie sich ja entwickelt hat, wie toll sie sich ja entwickelt hat im Laufe dieser Staffel. Ja, und dann, ja, mein Gott, dann haben wir vielleicht auch noch irgendwie so eine, so eine, ach Gott, will ich jetzt da ruhen, die, wie heißt die, Terina, Terine, fünf Minuten Terine sehen, wie ich das sehe, ich habe schon gedacht, sogar will ich jetzt so einen Kuss sehen, hu, 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 ui, die Kinder wollte ich auf jeden Fall nicht sehen. Ich glaube, das wäre, ich glaube, das ist immer noch eine ganze sympathische Nebenstory. Ja. Kann man, kann man erzählen, man muss die jetzt nicht unbedingt beim Sex zeigen, aber, nee, gar nicht, erst recht nicht, aber die Romanze können sie gerne noch ein bisschen weiter, weiterführen, weil Saru ist ja auch sowieso eigentlich der Ersatz Lucania auf diesem Schiff. Aber das war es ja dann auch schon. Ah, speaking of Lucania, ähm, die ist aber auch die unwulkanischste Vulkanierin von allen, oder? Also so Emotionen zeigt die doch schon sehr freudig, ne, also, die ist jetzt nicht gerade sonderlich kontrolliert und hält damit hinterm Berg, nicht so ganz wirklich, oder? Vielleicht nicht mehr so relevant 900 Jahre später, wo die sich mit den Romulanern vereint haben. Mhm. Deshalb, ich komme, ja, sie wollen Niva etablieren, aber für mich ist es weiterhin nicht Niva, egal, lassen wir sein, können wir, muss ich, will ich mich jetzt nicht künstlich drüber aufregen. Ja, der Chat wird noch geschrieben, vielleicht ist sie auch noch im Ponfar. Ja, lieber Grillmeister Grenze, was machen wir, wenn Staffel 5 wirklich gut wird und wir nicht mehr lästern können? Ja, ganz ehrlich, das haben wir uns schon bei Staffel 3 und bei Staffel 4 gefragt, ja, ob dann unsere Show zu Ende sein wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man uns auch diesmal nicht enttäuschen wird. Wo die Sache allerdings noch ein bisschen offen ist, in welche Richtung es geht und zumindest in den ersten drei Folgen hat uns Picard nicht völlig enttäuscht. Ja, ähm, da, da wurde uns sogar schon, das machen wir dann bei der nächsten Folge, ein bisschen Feedback zurückgespielt, wir werden gar nicht so kritisch wie sonst immer und es gibt auch so viel zu bekritteln, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das nur an der Stelle mal, die nächsten drei Folgen, Picard, äh, werden wir dann wieder bequatschen, wir haben die ersten drei Folgen in einem Rutsch gemacht, werden dann die nächsten drei Folgen in einem Rutsch machen und dann gibt's einen Livestream für die Folge 10, dann so wie jetzt heute auch wieder. Ja, ich meine, es gibt ja schon ein paar News zu Staffel 5, ne, es, äh, wurde jetzt die Tage, war's heute, war's gestern, in irgendeinem Artikel, äh, in der Staffel 5 noch mehr in Richtung Classic Track gehen wird, in diese Richtung Optimismus, wie sie es ja schon hier, ähm, ganz stark in dieser Staffel, gerade durch dieses Ende gemacht haben, also wir sind ja nicht mehr gefangen in der düstersten Zeitlinie, wo alles den Bach runter geht, man sieht ja schon, wie er das Gute in einem hervorgehoben wird, gerade auch Michael, die jetzt nicht mehr so ein Downer ist, wie die, die Staffeln davor, sondern wirklich mit, mit, äh, mit Föderationssternflotten Optimismus dran geht, den wir ja aus TNG, äh, aus der Ära erkennen, und das wurde zumindest angekündigt, dass sie diese Entwicklung noch fortführen werden in Staffel 5, irgendwer hat das in einem Interview gesagt, die Tage, dann muss ich noch mal raussuchen, oder muss ich nicht raussuchen, ich sag's euch, müsst ihr mir vertrauen, hier in irgendeinem Fall, es wurde auch gesagt, dass, in dem Fall könnt ihr Michael immer vertrauen, wenn der so ein Kram liest, dann stimmt das meistens, ich bin ja für die Gerüchteküche zuständig, ja, bei mir wurden ja alle am Set gekündigt, ja, und es wurde halt so gesagt, dass man mit einem Start für Staffel 5 vielleicht irgend so Anfang 2023 rechnet, weil die jetzt so langsam, glaube ich, mit der neuen Staffel anfangen zu drehen. Im Chat wird noch gefragt, was wir denn von dem erneuten Casting eines Kirks halten. Ist das nicht ein Schauspieler aus Vampire Diaries oder sowas? Ja, ich glaube, zumindestens sah er einigermaßen Kirk-like aus. Er hat für mich nicht den, dieses Shatner-Profil gehabt, also nicht dieses eher kantigere Shatner-mäßige gehabt, und auch Chris Pine, der hat ja auch schon einen starken Einschlag, der hat ein eigenes Charisma. Das hat mir noch ein wenig gefehlt, aber wir haben ein Bild gesehen, von daher, das ist ein einziges Bild. Er sah Kirk-mäßig aus wie ein jünger Kirk, und das passt irgendwie schon. Ja, also, er sieht ihm natürlich jetzt null ähnlich, da fand ich, da sahen Chris Pine dem jungen Shatner durchaus etwas ähnlicher, jetzt nicht natürlich aus dem Gesicht geschnitten, aber was Chris Pine wirklich so, vor allem im ersten, 2009er, und auch ehrlich gesagt Karl Urban durchaus geschafft haben, wie hieß der, der Spock-Schauspieler, der hat es nicht so hingekriegt, ich komme gerade nicht drauf, Ethan Peck, das war ja aus Heroes, Seiler, genau, Zachary Quinto, Zachary Quinto, genau, also, Karl Urban und Chris Pine haben es durchaus hingekriegt, in ihrer Körpersprache, und von den Blicken her und wie sie den Kopf gedreht haben und mal eine Augenbraue angehoben haben und so ein Kram, da hat man durchaus Shatner und DeForest Kelly wiedererkennen können, also für mich haben die da an der Stelle durchaus, hatten die so diese Vibes, die nicht in jeder Szene rüber kamen, aber in doch genug, bei Zachary Quinto, ja, faszinierend sagen und eine Augenbraue erheben, es ist halt dann doch schon ein bisschen mehr als das, um ehrlich zu sein, aber er hat natürlich mit dieser Nyota-Love-Story war halt auch ein bisschen gut und Zoe Selendor, so gerne ich sie auch mag, hat halt 0,0 Hurra-Vibes gehabt, aber okay. Ich fand, Zachary Quinto fand ich als Spock eigentlich ganz gut. Ich fand die jetzt nicht schlecht, es ist nur Karl-Lennart-Nimo durchgescheint, das meine ich. Ja, das stimmt, da ist, der Chris Pine ist halt auch eine Charakterfresse, was das angeht. Das ist aber, ganz ehrlich, aber das ist natürlich hier auf, hier für, für Scotty und so weiter trifft es halt natürlich Null zu und auch Anthony Yelchin, Gott hab ihn selig, er hat auch 0,0 Walter König-Vibes gehabt, also es ist ja, also es ist, die waren halt dann, ehrlich gesagt, der musste halt mit russischem Maxenz sprechen, damit er, ja, okay, gut. Ist ja auch okay, man darf ja durch, man darf ja durchaus neu interpretieren, ne? Also ich meine nicht, jeder James-Bond-Darsteller bringt was eigenes rein und versucht nicht, Gott sei Dank, nicht Sean Connery zu imitieren, ja, also gut. Und das Wichtige ist ja, dass das Bild von dem neuen Kirk schon aus, vom Set der zweiten Staffel stammt, ne? Also wir werden eine ganze Staffel ohne bekommen. Ähm, ob sie am Ende gedacht haben, na, die Staffel ist nicht so doll, wir müssen Kirk wiederholen, ist die Frage, aber vom Lore her, vom Canon her, ähm, dürfte Kirk ja höchstens einmalig auf Pike treffen, ne? Ja, das ist jetzt, oh Gott, also da, da ergehen wir uns, wenn's soweit ist dran, ja, und heute aber definitiv nicht mehr. Genau, was erwarten wir uns für die fünfte Staffel? Genau, lass das uns, wir erwarten, was wir uns für die fünfte Staffel ausdenken, tja, ich hatte es ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, ich denke, es wird, also wir werden was Eigenständiges, äh, haben, und, ähm, werden uns, glaube ich, nicht großartig auf irgendwas beziehen, ich denke, es wird so sein wie jetzt, es wird, glaube ich, ein Ticken, also ich sag mal so, vielleicht lernt man ja daraus, und sie sind ja auch nicht völlig berat, also man muss ja zumindest sagen, dass sie nicht völlig beratungsresistent sind, und ich will auch den Stab über diese Staffel nicht komplett brechen, wir haben, weiß Gott, schon größeren Unsinn gesehen, und wäre das eine 8-Folgen-Miniserie gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, so, ähm, jetzt hast du gesagt, die haben in der nächsten Staffel noch weniger Episoden, habe ich das richtig im Kopf? Soweit ich das verstanden habe, sollen es nur 10 sein, okay, also drei Episoden weniger, ja, vielleicht zwingt die das hier ein bisschen knackiger zu werden, ähm, es wird wahrscheinlich dann wieder auf einen Bösewicht rauslaufen, weil ein Naturereignis hatten wir jetzt schon anderthalb Mal, so, oder irgendwie so Aliens, mal gucken, was sie sich dann wieder ausdenken, ob sie mal, wie gesagt, wir haben immer noch keine Klingonen gesehen, ja, vielleicht. Ja, aber ich will, ich will mal nicht dieses Galaxie-endende, Universen-endende Ding haben, ich will nicht, dass das riesige Einzelereignis Das Gleiche wäre mal schön, ja. Ja, nicht, nicht die Katastrophe, die daherkommt, man, das Ende ist doch schön in dem Sinne, dass es, wie ich eben schon gesagt habe, sehr optimistisch in die Zukunft geht. Lass uns doch mal einen optimistischen Storystrang finden und jetzt wirklich mal ein bisschen die Arbeit da reinsetzen, auch die Föderation ordentlich aufzubauen. Das haben wir jetzt zwei Staffeln nicht wirklich gehabt. Wir haben zwei Staffeln, wo wir uns um externe Bedrohungen gekümmert haben, aber nicht um die Föderation selber. Wir sind im, was hast du gesagt, 33. Jahrhundert, wo alle Möglichkeiten offen stehen. Wir haben jetzt wieder die Lithium, wir haben Sporenantrieb, der kopiert werden kann. Wir können auf Erkundung gehen, Neuwelten, neue Galaxien so ungefähr, waren wir jetzt schon aus der Galaxie raus. Bringt doch mal eine interessante Storywendung rein, ähnlich, wir brauchen nicht nochmal ein Wurmloch zu haben, hatten wir ja schon, aber was in der Art von einem Wurmloch, dass man was Neues erfährt und was erkundet, was noch nicht da war. Wir hatten in Enterprise haben wir die Expanse, in Voyager haben wir neun Quadranten, in DS9 hatten wir auch neun Quadranten. Also lass uns doch wieder in diese Erforschung reingehen und neue Dinge finden und nicht alte Bedrohungen. Ja, ich sag ja, gibt der Discovery was zum Discovern, aber das sag ich schon seit, das sag ich ehrlich gesagt schon seit Staffel 1. Dieses Mal haben sie wenigstens eine neue Species discovered, die wir zumindest mal ganz kurz sehen sollten. Also vielleicht, ganz ehrlich, da gibt es viele Dinge, die man machen könnte, was auch zum Beispiel gar nicht so klar war, ist diese riesigen Knochen, die sie gefunden haben. Also sind die jetzt von diesen Wesen, dann waren die ja noch größer. Also da gibt es noch, da könnte man noch ne Menge draus machen. Man ist jetzt über den Rand der Galaxis raus, dann könnte man da auch nochmal da irgendwie was machen. Ja, oder von mir aus mach halt irgendwie so ne Aufbaugeschichte, ja, dass man jetzt Jahr und nach ein paar Welten wieder irgendwas, aber positiver wäre ganz nice und ein bisschen stringenter und mit weniger Füller und dann könnte man ja vielleicht noch gar noch was draus machen. Und daraus kann man ja genug Konflikte herausziehen. Man muss ja nicht immer was Externes haben, man kann ja auch wieder mal was Internes daraus, äh, rausziehen. Man kann doch mit den Dingen arbeiten, die man in seiner eigenen Nachbarschaft hat. Jetzt nicht vielleicht wieder Kahn rausgraben, aber, äh, halt was, wo man sich intern mit beschäftigen muss. Hamer könnte ja noch einen Zung ausgraben, das geht immer. Hamer ja, werden wir ja wahrscheinlich in PK, in dieser Staffel PK noch. Brent Spiner hat noch nicht mitgespielt, ja. Brent Spiner muss noch mitspielen und wenn Brent Spiner einfach nur irgendeinen Zung nachfahren spielen kann, wird er auch das wieder tun. Wie, wie ordnen wir diese Staffel eigentlich im Gesamtkontext, äh, ein, wie uns die gefallen hat? Eins, drei, vier, haben wir irgendwie ein Ranking? Ja, das ist eine gute Frage, also im, im Chat hatte ich eine kleine Überfrage gestartet und da kam sie zumindest mittelmäßig weg für 66 Prozent. Ähm, also ich würde sie auch nicht als komplette Gurke, ähm, abhandeln. Sie ist, ähm, vielleicht irgendwie so, ja, Platz, also Staffel 1 würde ich, also Staffel 2 war, glaube ich, so grundlegend, zumindest mal in Ansätzen, das Beste, glaube ich, so Staffel 2 und die kommt für mich schon so ein bisschen auf Platz 3, um ehrlich zu sein. Also die vierte, die, 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 die dritte fand ich ganz grausam und die, nee, die zweite war ich auch scheiße. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade eine Staffel zu viel mehr im Kopf ausgemalt, wir hatten ja erst vier. Ähm, also die erste war, war ganz okay bis aufs Ende, die zweite war absolute Grütze, äh, die dritte war dann so auch wieder bis aufs Ende eigentlich ganz okay und dann, ja, dann ist die eigentlich ehrlich gesagt jetzt Nummer 3, weil, ja, es ist schwierig in einer Bande von mittelmäßigen Geschichten, ja. Ja, ich würde auch sagen, für mich war so Staffel 1 das Interessanteste, weil wir irgendwie versucht haben, zumindest was Neues im Alten zu machen. Ähm, Staffel 2, ja, Grütze, Staffel 3, zumindest die erste Hälfte. okay, äh, und Staffel 4 auch so Versatzstücke daraus, deshalb würde ich sagen, Staffel 1 auf Platz 1, Staffel 4 und 3 ungefähr auf einem Niveau, obwohl ich in Staffel 4 schon Verbesserungen gesehen, äh, hab, vielleicht Staffel 4 doch auf Platz 2, dann 3 und dann 2 so ungefähr. Ähm, ja, es ist schwierig, es ist halt einfach ein, ja, ein mittel, ein mittelmäßiger Brei, aus dem Einzelepisoden mal hervorschießen und man denkt so, ja, jetzt habt ihr die Kurve gekriegt, am Ende des Tages haben sie sie nicht gekriegt und ja, für heute drehen wir uns im Kreis, wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben oder ihr schreibt uns ein Review auf iTunes oder auf Podcast Addict, ihr könnt auch 5 Sterne hinterlassen bei Spotify und da freuen wir uns natürlich immer und dann lesen wir es auch vor, ich glaube wir haben für das erst, habe ich jetzt vergessen, machen wir im nächsten Mal, wir haben 2, 3 schöne Reviews, die ich euch noch vorlesen wollte, ähm, dann natürlich Abo, äh, nicht vergessen und wenn ihr was Gutes tun wollt, dieser Show empfehlt uns einfach weiter, euren Freunden und Familie und Bekannten und so weiter, das ist natürlich immer eine schöne Sache, ihr dürft uns auch eine WhatsApp schreiben, an die 01525 964 7709 und ihr dürft natürlich auch dem Michael eine Sprachnachricht schicken, einer hat es schon gemacht, der Mr. Stocke ist auch hier im Chat, vielen Dank dafür, ja, aber es soll ja auch gerne noch ein paar mehr geben, der Michael freut sich immer darüber und natürlich freuen wir uns auch mit euch zu diskutieren unter nordizismus.de slash Discord. Vielen Dank, Michael, dass du auch heute wieder dabei warst, vielen Dank natürlich auch an den Chat, wie geht es weiter, wie vorhin schon besprochen werden wir Picard dann wieder in drei Wochen besprechen, es geht dann jetzt noch etwas weiter mit The Walking Dead, mit dem Andreas vom Discovery Panel und wir fangen jetzt so langsam an, dann werden wir jetzt die nächste Folge wirklich auch mal aufnehmen, nämlich wir haben ja gesagt, dass wir als Warm-up für die Herr-der-Ringe-Serie uns alle Extended Editions anschauen und wir beginnen in chronologischer Reihenfolge nämlich mit dem ersten Hobbit-Film. Es wird ein Spaß werden. Ich werde ihn sehen, ja, ich werde ihn mir nochmal anschauen, wahrscheinlich an drei Abenden, aber okay. Die Extended Edition habe ich noch nie gesehen und ja, deswegen bin ich auf die Extended Edition davon mal gespannt. Das wird sehr lustig werden, ich glaube, du wirst dich in dem Fall meine Rolle übernehmen und tierisch aufregen, ich bin da eher so ein bisschen der neutrale Beobachter, du hast da viel mehr Ahnung von, bist viel mehr drin, deswegen freue ich mich auch schon mit dir diese Herr-der-Ringe-Serie zu besprechen, weil vielleicht bist du dann sozusagen der, der bei jeder Folge aus der Haut fährt, wie man nur kann. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, macht was immer ihr tut, habt noch einen guten Abend, gute Nacht und guten Tag oder wie auch immer dieser komische Spruch aus der Truman Show geht und in diesem Sinne, ihr hört den Abspann schon, wir sind raus, bis dann, tschüss, Tschau. Tschau. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Eine Produktion des Podcasts